Neuer Knopf, helft mir! Huh, huh, huh! Hat mich TooFace gesehen? Fuck, der war da unten. Ich dachte, der bleibt hier oben stehen. Na, machen wir das so. Was? Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Haha, erwischt. Nein! Sorry, Half, das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Haha, hab nur die Hälfte genommen. Den Rest hab ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe! Das mit den Hälften reicht langsam. Huh! Huh! Es bringt dich immer nur in Schwierigkeiten. Das Geile wäre jetzt echt für die Typen mich noch niederschießen. Aber ich hab echt gespielt bemerkt, dass der mich sieht. Oh, nein! Ich... Warum gehst du raus? Da war noch ne Trophäe drin. Willst du mich verarschen? Hast du es nicht ohne mich ausgehalten? Hm? Kann ich verstehen. Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Viel Erfolg dabei. Ein paar Herrschaften haben beschlossen, sich an meinen Sachen zu bedienen. Ich hol mir alles zurück. Ja, wohl, dann spielen wir jetzt mal mit Batman weiter. Warum nicht? Haben wir das ungefähr zu gleichen Seiten aufgedeckt. Es ist dir tatsächlich gelungen, genug von meinen Herausforderungen zu bestehen, Dark Knight. Solltest du jetzt gerade Applaus hören, dann bildest du dir das ein. Ich käme nie auf die Idee, dir zu applaudieren. Löse mein Rätsel und finde die Geisel. Also, in der Mediksonne... Ja, ist einfach. Das ist der Schatten. Aber ich will mal gucken, was könnten wir noch bauen. Ich bin direkt unter deinen Füßen. Kappst du? Kappten? Du hörst mich nicht los. Kaputt? Okay. Was würde noch gehen? Aufdecken oder sowas? Na? Ich bin immer neugierig. Ja, aufdecken. Oder... Was genau? Vermeiden? Aha. Okay. Schattern, genau. Schaden, das ist auch gut. Was? Nein. Das kann nicht wahr sein. Hast du geschummelt? Natürlich. Es ist die einzige Erklärung dafür. Damit ist es vorbei. Das ist die nächste Stelle. An diesem Problem wirst du dich nicht vorbeischleichen können. Was? Als Geisel eintopft? Gut. Was ist... Ach so, das ist ein Wechselpunkt. Ey, da ist noch ein Titanbehälter drin, ne? Da muss ich auch noch hin. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was auf... Was ist das? Was ist das? Warum ist da so ein Punkt? Hä? Hä? Egal, finden wir noch raus. So. Jetzt wird es Zeit, dass ich mal Batman... ...die Rüstung gebe für die Jill Stealth-Garten. Was ist das so eine Scheiße, ey? Ich will noch was machen. Ich würde eigentlich gerne... Wie viel muss ich denn im Museum als Batman... Oh, da ist noch einiges. Na gut, dann machen wir das ein andermal. Sonst hätte ich gesagt, ich gehe jetzt nur rein, mache... ...diesen Titanbehälter. Wobei... Nein, ich... Ich will ihnen Titanbehälter holen. Komm, machen wir. Die Typen haben aber auch nicht genug, ne? Erst kriegen sie eine von Catwoman geditcht. Jetzt ist Batman drin. Komm her. Get over here. Ja, ich bin jetzt bei einer Rüstung, weil ich habe ja die ganze Zeit gesagt... ...oh, brauche ich nicht. Aber easy. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir dadurch fast alle Upgrades. Also passt ja auch. Ich will über den Titanbehälter jetzt auf jeden Fall machen. Hä? Bei diesem Spiel ist ein Fehler aufgetreten? Was ist denn das jetzt? Hä? What happened? Was soll das denn jetzt? Ey! Jetzt muss ich das neu laden. Was ist das denn? Das war eine Scheiße. Ey, nee. Was soll denn jetzt? Was ist das denn für ein Scheiß? What the hell, man? Was ist eine Scheiße da? Das kann doch echt nicht wahr sein. Passt mir nicht viel. Ähm, Astro müssen wir auch noch fertig machen, genau. Guck mal vor allen Dingen, wo bin ich denn? Ich wäre eigentlich ins Museum gespawnt. Wie kann der eigentlich mit so einem kaputten... ...Umhang noch fliegen? Ja! Wie ist die blöde Federmaus? Ja! Hallo, hallo? Wer schießt denn? Hallo, wer schießt denn? Was ist mir aufgefallen? Ich habe noch gar nicht... Doch, die habe ich gemacht, oder? Ich bin gerade verwirrt. Beinig nehme ich so. Hör doch mal auf zu schießen. Was ist denn das jetzt? Ich habe die eben so schön geklirrt hier. Und jetzt... Guck dir den Scheiß an, Alter. Bist du ein Yadag oder was? Wehe, wenn der heißt jetzt den Bereich sichern. Fascho, zehn hier. Ja, toll. Spielabschutz musste geklickt werden. Du bist auch so ein Eierkopf. Auf zwei Beinen. Ich bin eigentlich auf... Vorsicht, die Fledermaus! Was macht ihr denn hier? Ihr habt echt nicht genug, gell, Jungs? Hä? Wo ist denn der jemand mir vorbeigesprungen? Vor allem, warum klickst du den, wenn ich dafür gar nichts kann? Was soll das? Ich fühle mich verarscht. So, wie war das jetzt? Ich muss das mit dem Sequenzer da hacken. Aber die Range war halt nicht gegeben vorher. Triasisch. Hey, das klingt so komisch auf Deutsch. Dieses Wort. Hier in den Gang. Halt, da ist noch was, was ich kaputt machen soll. Wahrscheinlich wieder ein Pinguin. Ah, ja, da. Hey. Dann halt so. Nein. Dann halt so. Ja, ich weiß, dass da Lachfleisch kam. Ich bin halt so einer, der fängt immer erst an zu lachen, anstatt zu ragen. Ähm, kann ja jetzt schon mal vorab kündigen, exklusiv. Wenn Elden Ring draußen ist, ne? Mach ich wahrscheinlich eine Woche lang nur Elden Ring Streams. Äh, plus... Alter, ich hab mich scheiße erschrocken. Ich wollte da hochklettern. Äh, ähm, ich bin halt einer, der bei Rage, äh... Oh, scheiße, das hab ich vergessen. Immer am Lachen ist. Und wenn das draußen ist, dann werd ich wahrscheinlich mit Webcam, äh, eine Woche lang blind einfach das Let's Playen. Einfach nur runterzocken. Mal gucken, wie weit ich komm. Das wird auf jeden Fall lustig. Ich bin halt nicht so der typische Rage... 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 Rage-Let's Player, sondern eher, ich lache über meine Fades. Wobei, ab und zu hab ich hier... Ey? Nein, Vincent, du bist doch echt, ne? Gut, da sind im nächsten Bereich zwei Sachen zum Kapottmachen. Aber wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte... Ich wollte zu dem... Ja, genau. Ich wollte eigentlich zu dem Titan-Belder. Aha! Hier ist noch ein Riddler-Gefolgsmann. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den nicht ausknacke. Machen wir das mal so. Nein, das war der Falsche. Hör doch auf! Hör doch auf! Jungen, her ruf und mach Karspäts! Wichtige Scheiße ist, was mir auch schon passiert ist. In allen Nahkamp-Spielen, wo es Riddler-Gefolgsmänner gibt. Ich passe auf, dass ich die nie erwische und dann schaue ich sie doch aus. Schöne mir was über Riddler, bevor ich dir weh tue. Okay, okay, ich sage es dir! Gut. Ah! Mehr Geheimnis auf der Karte. Ja. So, wo ist hier in dem Raum was? Hier sollen irgendwo Pinguine sein zum Kaputnen? Ah, einen sehe ich. Da muss ich aber... Nee, die Tür geht? Ich dachte, die wird kaputt. Wo ist der andere? Mehr zentriert. Könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwo oben ist, ne? Ich hätte zwar gesagt, ich mache kein Reines Collectibles Einsammeln, aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann lösen wir alle Verbleibungen. Der ist da drin! Wie komme ich denn an den ran? Mit dem Fängerscheid-Wettering, ne? Die sehen ja auch einladend aus, die Typen. Ist in dem Raum noch was? Nope. Und im nächsten dafür. Das Nervige ist, ich muss jetzt mit Catwoman echt noch einmal dann irgendwann ins Museum rein. Wo sind denn hier eine Taufe? Ist die unter mir? Ich will mal jetzt was testen. Ob dieser Hai wirklich nicht mehr da ist. Na, tatsächlich. Erklär mir doch einmal die Logik, wie kam der da raus? Die Trophäe ist wahrscheinlich da drin. Zieh! Sag ich doch. Und irgendwo weiter da drüben auch. Oh! Kampagne wird freigeschaltet. Deswegen... Scheiße, warum muss ich denn... Ach gut. Ich krieg halt gar nicht los, mein Ast mal kippt. Wartet mal kurz. Boah, Hilfe! Hä? Ey, das sieht durch die Röntgenbilder voll creepy aus, ne? Die ist da oben. Wie komme ich denn da hin? Mit dem Leinenanscher? Nee. Ah, oder ich hätte das mit dem Catwoman noch einsammeln können, theoretisch, ne? Ja, war es wirklich so? Du hättest einen auf den Deckel gekriegt, von mir. Aber wie ist der Haar jetzt bitte da rausgekommen? Voll die Pose. Na gut. Fun-Bot-Listisch, das habe ich schon mal gemacht, oder? Das habe ich gemacht. Weißt du was? Ich springe jetzt einfach ins Wasser, damit ich an den Rand gespawnt werde. Ich will gucken, wie ich an diese Trophäe ran kann. Die ist oben drauf. Also theoretisch wäre da nur Catwoman rangekommen. Das kann nicht sein. Die grünen Trophäen sind eigentlich so ausgelegt, dass man die auch als Batman irgendwie erreichen kann. Ich schaue mich jetzt mal um. Ah, vermute ich, wenn ich hier hochkletter, dann mit dem Leinenanscher, ne? Ich will was testen. Man macht es sich ja hier viel leichter, wenn man den hat, aber den schaltet man ja auch erst später in der Story frei. Ah, ich hatte das. Wie ist dieser Lauch von Ritter da hingekommen, bitte? Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass der Pinguin einfach hier hätte passieren lassen. Die haben auch nicht unbedingt das beste Fettnis zueinander, ne? Ich muss mich verarschen. Erst muss ich husten, jetzt merke ich gerade, dass gleich wieder ein Niesanfall kommt. Fuck meinen Körper, immer wenn ich am Aufnehmen bin. Okay, das geht nicht. Da müssen wir halt hin. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, ich mache es aber so. Aber ich frage jetzt echt, wie ist... Wo ist bitte der Hai hin? Ein Spiel, der so versucht, so realitätsnah zu sein, ne? Okay, pass auf, wir gehen erstmal hier unten hin, machen das, weil ich kann über die Icebank Lounge auch raus. Ich will jetzt die Expressabkürzung hier. Es ist schon wieder derselbe Scheiß passiert. Bin ich wieder... Nein, nein, es ist peinlich. An derselben Stelle... Ist das im Let's Play schon mal passiert? Bin ich einfach an derselbe Stelle wieder zurück? Nein, nein. Ich bin da... Oh, es ist so peinlich. Es ist jetzt erneut passiert. Das war auch ihr. Clip incoming in 3, 2, 1. Das ist so peinlich. Dass mit dieser selben Fehler doppelt passiert ist. So, wo soll hier was sein? Achso, erst im nächsten Raum. Brüder in Waffen, Brüder im Krieg. Ah, das geht erst, wenn man ein bisschen fortgeschritten mit der Story gespielt hat. Oh, 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 oh. Ich wollte erst was erklären. Ich wusste ja nicht, dass hier wieder ein Empfangskomitee auf mich wartet, gell? Was schnitzelst denn du hier rum? Ah, nicht kein Zieg viel. So, und zwar mit den beiden, äh... So, da ist erstmal die Tarnbehälter. Mit den beiden Zwillingen. Das geht nämlich auch erst ab einem gewissen Punkt in der Story. Dann hockt die hier irgendwo zusammen und jammern über ihr Schicksal. Warum habe ich das nicht zerstört, als ich hier vorbeikam? Ich weiß es nicht. Das war der letzte Tarnbehälter. Jetzt nachdem alle Tarnbehälter zerstört sind, sollte ich mal nachsehen, wie es bei Bane aussieht. Das machen wir dann auch noch. Skillet. Hey, warte mal. Bin ich gerade verwirrt? Achso, hier muss man, man muss die nur scannen. Ich weiß, dass die aber irgendwo auch Hammer und Sichel, dass sie zusammen... Ähm, hocken. Vor allem, ich habe diesen Fehler nicht nur zweimal im Let's Play gemacht, sogar zweimal an derselben Stelle auch noch. Das ist total peinlich. So, da ist auch noch ein Trophäe. Der hat den aber hier ganz schön in Hitze ausgesetzt. Hä? Achso, da drin einfach. Also manche sind ja echt lächerlich. Aber wie war das von der Community? In Orkham Knight gibt es so viele Rätsel. Lujalak. Jadak. Hier gibt es fast 200 mehr. Da hat sich keiner beschwert. Und der Spiel ist auch nicht unbedingt kurz und klein, wenn man da alles macht. Ähm, lass mich mal was schauen. Okay. Jetzt aber wirklich geradeaus, sonst wird es wieder peinlich. Ah, ich will noch was überholen. Warte mal. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf mit Catwoman sechs Sachen. Ja, ja, schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tatsächlich. Tatsächlich. Wir könnten das Museum ja abschließen. Aus.